Musik 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 Forstfall aufpassen Musik 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 Gegen nach rechts Einer weiter weg rechts Ja 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 Das go die Ja rein rein Aber bitte Warte warte Die ähmliche aufpassen Stark Genug reinlaufen Genug reinlaufen Schau auf den Guss Sie werden dich töten Schau auf den So jetzt Hau links Oh Nice Und das normal 10 dcapt Das war Perfekt aufm cop Schockgesell Da ist der Camp Hier vor mir, vor mir, rechts, rechts Direkt vor mir, direkt vor mir War ein bisschen Risky, aber hat mir zu lange gedauert Ja, ich hab vielleicht auch nicht gemerkt, was du gemeint hast Frostfalle Links neben mir, geradeaus ist wie vor einer Und links neben mir Direkt vor mir, direkt vor mir, Frost Rechts, rechts gegangen Direkt links ist einer Schön Musst du mich hinlegen? Richtig, direkt vor mir Richtig, direkt vor mir Richtig, direkt vor mir Halt ihn einfach so Ich bin hinter dir Ja Fals Freihändig Freihändig Oh Oh, krass Ich muss da aber nichts machen Geil Wie man sich dann so vorkommen muss, wenn man nichts machen kann Ja Als Gegner Nö Noch wieder hoch Okay, zwei Leute auf Brustes Die haben wohl Boxen gegen mich zu killen Poliz kommt raus, Chris Und meine Grono ist weg, irgendwas ist da noch Oder du hast ihn getrun Der Meinung ist dann fertig ganz ehrlich da wollen ich hinten käme mal da gehen einfach rein und ich habe gemessen in dem ich auf die gegendin gesprungen ich habe gut und die rechte ecke was ist ja aber ich wollte nicht so gut sehen wenn der ich habe die einfach gar nicht mitbekommen und dadurch dass mario vor mich gelaufen ist da konnte ich es nicht mehr so richtige helden wie läuft es mit der sekretärin auf jeden Fall da ist eine frostfalle weg das hat nur ein bisschen gestört dass Clems die ganze Zeit da rein gelabert hat aber ansonsten war alles super tschuldigung das ist kaputt gemacht das ist kaputt gemacht wieder der Zeit die 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 der die 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 Let's go, drop the defuse! Okay, I kill you! I said drop the f***ing defuse! I did! I did! Oh yes, I did! Hey, so geil! Gut gemacht! Warte, wie machen wir Team Chat? Sprechen ist U, Z ist Schreiben, T ist Soul Bro! Du musst mich jetzt führen! Wie kommen wir jetzt? Wir fahren oben! Nice! Wir verlieren einen, Mate! Hinter dir! Wird die Twitch-Tone nicht zerstören! Es ist hinter mir einer! Kann sein, ich weiß nicht! F***! Wow, 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 wow! Was hat dein gescheiß Kollege gemacht? Der Baster! Wollen wir nicht das noch gewonnen haben? Ja... Ich hab gedacht, wer kämpft dir sein? Ich muss die Kiste machen oder was? Alex ist mal so früh gegangen! Kennt ihr das mit dem Fenster? Das hat mir mal Dara gezeigt! Oben im, wenn man oben im Norden spawnscht! Dass man durch ein nicht gekennzeichnetes Fenster rein gehen kann! Was ist echt? Spawnt mal alle Norden! Spawnt mal alle Norden! Ich glaub hier wo das ist! Ihr seht das Fenster vor mir? Warte! Das ihr seht? Ja? Warte! Warte! Nein! Mit drin? Das ist auch gut! Warte! 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 G Tahne! Gave ich überhaupt einen richtigen Operator? Das ist egal. Wir nutzen jetzt diesen Bug. Okay. Einfach gegen irgendetwas laufen und dann durchschaufe drinnen. Hier? Und jetzt kommt hier gleich Enter. Siehst du das? Wenn du zu mir kommst, hier steht Enter. Nee, nee, nee nicht. Komm, ich geh mit dir nach links. Nee, mach nochmal. Nee. Doch, da bist du... Eindringen. Achso, ich kann eindringen. Ja, ja, ja. Drück, drück, drück. Oh, da soll ich vorgehen. Geht jetzt das erste Shotgun, Alter. Ja. Ah scheiße, ich bin tot. Da ist da, da ist da. Ah, nein, ich musste... Ach, keine Uni mehr. Aber geil, Alter. Wie geil ist das denn? Das ist so ein geiler Bug. Hä, wie geil ist das denn, Mann? Ah, ich kam auch nicht drauf, klar. Du hast keine Ausgehen gemacht. Nee, mach nicht. Ich nehm einfach an der Wind. Ja, hat sehr gelohnt von ihm. Das war Blackbeard. Das war auch wer auch immer. Das war auch wer auch immer. Äh, Red, glaube ich. Bin in Red? Nee, nee, von Skylar kommt, äh... Flashes. Nee, Red Stats! Hallo Leute, Red Stats! Oh, Mario! Sie kommen rein! Die sind drin. Ich weiß nicht, ob oben noch was ist. Die sind schon drin. Mario, die sind schon wieder dropped bin. Sowieso. Die sind hier schon bei mir drin. Guck mal rein! Sind die alle durch das Fenster? Die sind durch Red Stairs gekommen, oh ho-pa! Ach so. ich hab hier vor dem Fenster oder nicht hier vorne, ne? von außen und jetzt nochmal von hier wo ist der Klackes? ah fuck ich hab sie verletzt aber sie lebt noch Jolo Diffuser ist da äh der ist im Hausmeister Hausmeister? Hausmeister hier oben hier kleine, bei White ich bin bei White, Diffuser ist bei White alle sind bei White und sie ist tot aber kannst du mir den Dropper öffnen hier drüben? fuck ihn genau aber der hat mich nicht gekippt danke ja der ist nicht offen, aber ok was? der ist nicht offen war das vielleicht der? ne ganz schon ist das nicht so angehört, das werde offen ja, da waren die Lachen drin Leute, ich hab Wissen gefickt B von wo genau? B, wo du in die Gegend ja, ich komm ah ich hab mich gekillt ok, ich hab ihn gekillt ok, ich hab ihn gekillt ah, der ist voll schlecht ah ok, hol mich einfach die anderen töten sich auch noch round 2 geh weg, geh weg, geh weg mach, mach, mach lol wir müssen raus der war mein hab ihn er kommt ich hab die Tür aufgemacht dann steht der da plötzlich vor mir na, da fehlt grad die Gegend Leider mal reingeworfen ist das eine Pistole? ja die geht zum Toppen ich pisse auf die Gegner Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein äh, ja ach so, das du Hurensohn so, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt ja, die haben's verboten am Start die Achterwanne geht so ab die Stänze mit der Grenze Pretty die die HOLM die ich